Position 72, Piromax Blitz, hier sind wir allerdings im Bereich 50mm Kaliber, das ist dann ausschließlich wirklich F3 in höheren Kategorien. F3 in höheren Kategorien, das ist dann in höheren Kategorien, das ist dann in höheren Kategorien. Also da merkt man dann den Unterschied schon, natürlich bei uns F2 Ende bei 30mm Kaliber, das ist natürlich 50mm schon, wenn wir alle haben.